Das ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Legendenstufe. Okay. Schrott zu erhalten. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Weniger Streibstoff zu verbrauchen. Da machen wir auf jeden Fall mal einen Punkt rein. Ach, nee. Mehr Schaden durch Waffen, weiß ich nicht. Munition auf jeden Fall. Da findet man ja so wenig. Und Gesundheit erhöhen. Ja, bestätigen. Komm. Ach so, ich muss mich bewegen. Schaut, das war ein Video. Und dann bin wir jetzt noch auf dem Boden die ganze Zeit rum. Okay. Wunderbar. Im Tausch gegen Griffer Zeichen kann Griffer Max helfen. Max. Seine Fähigkeiten zu verbessern. Finde die Zeichen, in denen du... Ja, oder auch ein Fahrzeug, ja. Das gibt eher ja. Hey, wo ist mein Auto? Ist er weggefahren? Das Auto? Nein, er hat nicht. Was ist das? Wir haben rechtes Arbeit gemacht, Saint! Wir haben, was wir brauchen, um den Nitrous-Boost zu installieren! Den DLC einlösen. Gucken, wie es dann aussieht, das Auto. Da kriegt man ja noch irgendwas Tolles dazu. Kann ich noch irgendwas anderes einbauen? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre da so ein roter Kreis. Okay, verlassen. Nichts, noch nicht? Oh, oh, yes, yes, Nitro installiert. Now, let's baptize her and roll the Holy Sledge. I know just the place. Probiere den Nitrous aus. Hier könnte ich ihn ausprobieren. So nicht. Mit nix. Das ist ziemlich gut. Ah, hier ist ja die Rampe gewesen. Hier! Aim for the edge and boost across it! Haha! She's so hard! I knew she could make it! Trophäe erhalten. Wind in den Haaren. Okay. Große Lacken. Au. Trophäe erhalten. Wieder alles verloren. So, okay. Ich weiß nicht, wie es aussieht. We really should get back to my Simeton. Max. Das Max-Verbesserungsmenü wird freigeschaltet und lässt sich über das Pause-Menü Options aufrufen. Dort kannst du Max ausrüsten, verbessern, sein Aussehen anpassen oder neue Werkzeuge oder Fertigkeiten anpassen. Neue Verbesserungen werden freigeschaltet, wenn sich der Legendenrang von Max erhöht. Schauen wir mal. Max da. Willkommen im Max-Verbesserungsmenü. Verbesserungen und Fertigkeiten werden freigeschaltet, wenn Max... Ach, Kater, was willst du denn schon wieder, ey? Da haben wir... Oh, ne Jacke. Ach so, das ist das. Neu. Keine Jacke. Nein, das sieht scheiße aus. Ich will keinen nackten Typ im Gänsel angucken. So. Was ist das? Fertigkeiten. In diesem Recht kann Max neue mächtige Fertigkeiten lernen, die er im Boden-Kampf verhindern kann. Kater, was willst du? So, was haben wir denn hier? Kettenabschluss. Hört jetzt nicht schlecht an. Kosten 25 ist natürlich die Frage, wie benutze ich das denn? Info Dreieck. Halten. Führe einen Kettenabschluss nach zwei oder mehr Kettenschlägen aus, indem du eine Reihe von Schlägen mit einem mächtigen Angriff beendest. Okay. Joa, hört sich nicht schlecht an. Nehmen wir. Jetzt natürlich die Frage, wenn ich das jetzt hier auswähle und das dann nehme, kann ich denn immer nur eine nehmen? Testen wir es einfach mal. Ne? Oder? Sind beide jetzt, ne? Ja. Okay. Jetzt habe ich aber nicht gelesen, was da passiert. Waffenparade, Dreieck. Du führst automatisch eine Waffenparade aus, wenn dir eine Parade gegen einen Feind mit einer Nahkampfwaffe gelungen ist. Okay. Was haben wir denn? Au, 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 au. Ah, da kann man sogar noch Stufen aussteigen. Okay. Was haben wir hier? Derzeit ausgerüstet. Okay. Okay. Da haben wir auch nichts. Ah, hier. Aussehen verbessern. Gut. Munitionsgürtel. Ich denke mal, das war's, ne? Ja. Okay. So. Und da vorne kann ich immer den Hut, wie es aussieht. Und da vorne kann ich immer den Hut, wie es aussieht. Tor schwach. Das ruft doch nachher hin, oder? So. War dahinter noch was? Na? Willst du? Da läuft doch irgendeiner um der Ecke. Da töscht doch. Oh. Wut-Tötung. Natürlich ist es keiner da, wo ich jetzt gerade Wut hab, oder? Ne. Kann ich... Da. Wo war denn erstmal? 14 Mann Schmott. Da liegt irgendeine Waffe. Oder? Was ist das? Was ist das? Ah, sehr gut. Na, Kampfwaffen. Na, Kampfwaffen verursachen. Zündchen Schaden. Zerbrechen jedoch mit der Zeit. Halten, fallen lassen, fehlgeschlag. Da sind Stacheln an der Wand. Mal lieber nicht so nah dran gehen. 2 von 3 Schrott. Wo kann denn hier noch was sein? Da. Benötige Brecheisen. Das Brecheisen wird benötigt, um bestimmte Behälter und Türen zu öffnen. Kauf es im Mix-Menü. Ah, da. Okay. Okay. Die heben wir wieder auf. Du sollst das looten, bitte. Danke. Text. Jensen. Die Nachbarn sind durchgedreht. Nachdem das Wasser zurückgegangen ist, sind sie in der Sekte beigetreten. Jemand wurde umgebracht. Hab die Hunde genommen und bin auf dem Weg zu Mala. Telefone funktionieren nicht. Kann ich nicht erreichen. Komm schnell. Amika. Schrad-Munition. Einen nur gefunden? Egal, das heißt nichts. Was hab ich denn überhaupt? Ein Nagelbrett. Das wär nice, wenn man so ein Crafting-System hätte. Was willst du denn, ey? Was willst du denn, ey? So. Einsteigen. Wir haben noch keine Achtung. Kriegst noch kein... Reste hin. Ah, okay. Wenn er ins Auto einsteigt, lässt er lieber für automatisch fahren. Da ist alles so. Das tun wir natürlich mit. Loot ist immer gut. Das ist A und O. Sehr schön. Da macht der Gollum A, der repariert automatisch. Sehr nice. Ich bin gespannt, ob wir das verbessern können im Auto. So. Ah. Sehr gut. So. Warte mal. Halten. Zum Einsteigen. Ne. Will ich denn nicht. brief�ח. Ludwig Ludwig M2 y da remembered Shallbe j Nad学. Warte mal. Unter in eine Abundung.